Vergib mir, Vater, denn ich habe gesendigt. Wow. Ja, oder? Weshalb denn Seibei? Du weißt schon, was für einen Film wir hier drehen. Und bitte. Gott, erbarme dich. Bei anderen Horrorproduktionen ist viel Scheiß passiert. Bei Das Omen, Der Exorzist, Der Poltergeist. Dein Vater springt ja für jemanden ein. Voll weird. Es hat die Stimme meines Vaters. Okay. Hey, Tony, 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 hey. Hey, alles gut. Er nimmt seine Tabletten nicht mehr. Er ist desorientiert. Vater, was soll ich tun? Kann er befreit werden? Er ist es nicht wert. Und das weißt du. Ich weiß, dass Sie Angst haben. Die habe ich auch. Es gibt keinem Kommen. Habt Vertrauen. Er wird seine Kinder beschützen. Wenn es passiert, lauft. Er ist nicht Tough. Vielen Dank.